Was tun Sie im Vorstellungsgespräch, wenn Sie auf eine Frage partout keine Antwort wissen? Viele Bewerber, die stammeln sich dann um ihren Job oder sie antworten Unfug oder sie stellen dumme Rückfragen. Und damit, damit verderben sie sich alle Chancen auf den Job. Dabei gibt es eine ganz tolle Strategie, wie Sie auch dann klug antworten können, wenn Sie eigentlich gar keine Antwort wissen. Es ist eine einfache Technik, die Sie schon am Ende dieses Videos perfekt beherrschen können. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus, der bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und ich habe das E-Book Geheimakte Vorstellungsgespräch geschrieben. In diesem E-Book, da finden Sie die besten Antworten auf alle gängigen Fragen im Vorstellungsgespräch. Jeder Bewerber, Sie wahrscheinlich auch, hat das schon einmal erlebt. Da wird ihm eine Frage gestellt, die er nicht beantworten kann, weil er die Antwort einfach nicht weiß. Diese Situation, die fühlt sich im Vorstellungsgespräch höchst bedrohlich an. Alle Blicke, die sind auf Ihren Mund gerichtet und jeder erwartet, jeder erwartet, dass Sie jetzt etwas ganz Gescheites sagen. Aber Sie spüren, wie die Gedanken in Ihrem Kopf Karussell fahren und allmählich, da breiten sich Schweißtropfen auf Ihrer Stirn aus. Manchmal reicht eine einzige Frage, auf die Sie keine Antwort wissen, um Sie völlig aus dem Konzept für Ihr Gespräch zu bringen. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt beibringen, wie Sie auch dann gescheit antworten können, wenn Sie eigentlich gar keine Antwort wissen. Und damit Sie es verstehen, mache ich es Ihnen an drei Beispielen deutlich, die können Sie dann jeweils auf Ihren Fachbereich und Ihre Gespräche übertragen. Beispiel 1. Angenommen, Sie haben sich um einen Job beworben, in dem Kommunikation eine große Rolle spielt. Und jetzt wird Ihnen die Frage gestellt, wenn Sie feststellen, dass Ihr Gesprächspartner zu Extrempositionen neigt, inwiefern hilft Ihnen dann das Wertequadrat von Friedemann Schulz von Thun? Sie sollen darauf antworten, obwohl Sie mit diesem Modell nichts anfangen können. Was sagen Sie nun? Gleich werden Sie eine tolle Antwort von mir hören, eine Antwort, wie Sie sie sofort geben können. Oder Beispiel 2. Sie bewerben sich um eine Position im Handwerk und nun kommt heraus, dass Sie gleich auf einer Großbaustelle eingesetzt werden würden und Ihr künftiger Chef will von Ihnen wissen, welche Erfahrungen haben Sie bislang auf Großbaustellen gemacht. Die Wahrheit aber ist, dass Sie noch nie auf einer Großbaustelle gearbeitet haben und deshalb eigentlich jetzt blankziehen müssten. Was sagen Sie nun? Ich werde Ihnen gleich eine perfekte Antwort vorstellen. Oder drittes Beispiel. Sie bewerben sich für eine Firma, die vor allem im Außenhandel tätig ist. Und nun fragt Ihr künftiger Fachvorgesetzter, gerade haben sich ja die Korruptionsvorschriften auf dem chinesischen Markt verändert. Was genau können Sie mir dazu sagen? Leider haben Sie nicht den geringsten Plan von den neuen Korruptionsvorschriften in China. Was um alles in der Welt? Antworten Sie nun. Ich stelle Ihnen gleich vor, wie Sie dennoch punkten können. All diese Fälle, die haben eine Gemeinsamkeit. Ihnen wird eine Frage gestellt, auf die Sie keine Antwort wissen. Und was tun die meisten Bewerber in einem solchen Fall? Sie sagen zum Beispiel, Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Oder Dieses Modell ist mir noch nie begegnet. Oder Leider habe ich noch nie auf einer Großbaustelle gearbeitet. Aber was bleibt hängen, wenn Sie so antworten? Bleibt hängen, dass Sie kompetent sind? Bleibt hängen, dass Sie alles Mögliche können und wissen? Oder bleibt hängen, dass Sie eben Dinge nicht wissen und nicht können? Und genau hier liegt das Problem. Wenn Sie keine Antwort geben oder nur Unwissen betonen, dann schadet das Ihrem Gesamteindruck. Und dann kann Sie das selbst aus dem Konzept bringen und Souveränität kosten. Jetzt werde ich Sie bestimmt nicht auffordern, sich etwas aus den Fingern zu saugen. Denn Hochstapelei, das ist ebenfalls eine schlechte Idee. Wer so tut, als wüsste er alles, ohne wirklich etwas zu wissen, der schießt sich selbst ins Knie. Nein, ich stelle Ihnen nun einen Weg vor, wie Sie kompetent antworten können, ohne die eigentliche Antwort zu wissen. Ich mache es Ihnen mal am Beispiel der ersten Frage vor. Und danach erläutere ich Ihnen dann Schritt für Schritt das System dahinter. Und ich vertiefe es anhand der nächsten Fragen, sodass Sie es nachher perfekt nachmachen können. Also hier die Frage. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gesprächspartner zu extremen Positionen neigt, inwieweit hilft Ihnen dann das Wertequadrat von Friedemann Schulz von Thun? Nun können Sie darauf antworten, und zwar ohne dieses Modell zu kennen. Ich glaube, dass Extrempositionen in einem Gespräch dieses Gespräch immer erschweren. Dann geht ein Gesprächspartner ja davon aus, dass er die Wahrheit gepachtet hat und dass ich auf dem falschen Dampfer fahre. Ich selbst habe das in Gesprächen auch schon in ähnlicher Form erlebt. Zum Beispiel hat neulich ein Gesprächspartner zu mir gesagt, Leiharbeitskräfte, die sind immer unzuverlässig. Ich war anderer Meinung und deshalb habe ich ihn gefragt, welche Ausnahmen von dieser Regel sind Ihnen im Laufe Ihres Berufslebens schon begegnet. Und schon nannte er ein paar Beispiele und er hatte seine Extremposition verlassen. Da konnten wir das Gespräch dann besser fortsetzen. Ist es Ihnen aufgefallen? Sie sind zwar nicht auf das Wertequadrat von Friedemann Schulz von Thun eingegangen mit Ihrer Antwort, aber Sie haben einen anderen, einen wichtigen Punkt dieser Frage aufgegriffen, und zwar, wie Sie mit Extrempositionen in Gesprächen umgehen. Ich verspreche Ihnen, in acht bis neun von zehn Fällen werden Ihre Gesprächspartner mit einer solchen Antwort sehr zufrieden sein. Gleich stelle ich Ihnen das Muster dahinter vor, dann können Sie das eins zu eins auf Ihre Situation und auf die Fragen, die Ihnen gestellt werden, übertragen. Und ich sage Ihnen auch noch, was Sie tun können, wenn dennoch eine Nachfrage kommt, zum Beispiel, und welche Rolle spielt dabei das Wertequadrat von Schulz von Thun? Auch darauf kann man gut antworten. Vorher nehmen wir uns die zweite Frage vor. Welche Erfahrungen haben Sie bislang auf Großbaustellen gemacht? Mein Muster fürs Antworten sieht so aus. Erstens, lenken Sie Ihren Fokus nicht auf die explizite Frage, sondern auf den Punkt, um den es Ihrem Gesprächspartner im Kern geht. Und worum geht es ihm mit dieser Frage? Er will doch wissen, ob Sie auf Großbaustellen klarkommen würden. Antworten Sie also auf das, womit Sie dienen können und nicht auf das, was Ihnen fehlt und wozu Sie nichts sagen könnten. Und zweitens, schildern Sie eine Erfahrung, die genau das belegt, was Ihr Gesprächspartner herausfinden will, sofern Sie über eine solche Erfahrung verfügen. Und drittens, nennen Sie am Ende Ihrer Ausführungen ein Ergebnis, das Sie erzielt haben. Welche Erfahrungen haben Sie bislang auf Großbaustellen gemacht? Die Antwort kann nun so klingen. Schritt 1. Gehen Sie auf den Kern ein und sagen Sie, was Sie dazu wissen. Beispiel. Bei meinen größeren Baustellen ist mir aufgefallen, wie wichtig die Organisation der Arbeit ist, um den Zeitplan einzuhalten. Nun antworten Sie also mit dem, was Sie tatsächlich kennen, nämlich mit größeren Baustellen. Das Wort größere bemisst sich explizit an Ihrer eigenen Erfahrung, denn Sie sagen, meine größeren Baustellen. Es ist gut möglich, dass es sich objektiv betrachtet eher um kleine oder mittlere Baustellen handelt. Aber eine solche Antwort ist viel besser, als wenn Sie sagen würden, ich habe mit Großbaustellen keinerlei Erfahrung. Und jetzt folgt der zweite Schritt. Geben Sie ein Beispiel. Und auf diesen Baustellen habe ich jeden Morgen mit meinen Kollegen einen Plan festgelegt, was wir an diesem Tag schaffen wollen. Und das auch mit den anderen Gewerken auf der Baustelle abgestimmt. Zum Beispiel, und das führen Sie jetzt näher aus. Mit dieser Antwort geben Sie zu erkennen, dass Sie durchaus den Unterschied zwischen kleinen und großen Baustellen einordnen können. Und nun noch der dritte Schritt, und zwar nennen Sie ein Ergebnis. Auf diese Weise ist es uns gelungen, den Zeitplan einzuhalten, obwohl andere Gewerke in Verzug waren. Nun könnten Sie mich natürlich fragen, warum eigentlich soll ich dieses Drei-Schritte-System verwenden, statt einfach direkt zu sagen, dass ich keine Erfahrung habe und eine Antwort nicht weiß. Weil Sie nie eingestellt werden für das, was Sie nicht wissen, sondern immer für das, was Sie wissen. Deshalb, genau deshalb ist es so klug, dass Sie erst mal Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in die Waagschale werfen und indirekt auf die Frage eingehen. Und ehe ich Ihnen gleich sage, was Sie tun, wenn eben doch eine Rückfrage kommt, zum Beispiel, und welche Rolle spielt dabei das Wertequadrat von Friedemann Schulz von Thun, oder die Rückfrage im zweiten Fall, und diese Erfahrung, die haben Sie wirklich auf Großbaustellen gesammelt, und ehe ich Ihnen darauf antworte, möchte ich noch einen dritten Fall entwerfen. Antworten Sie auf die Frage nach den neuen Korruptionsvorschriften in China damit, welche Erfahrungen Sie bislang mit Korruptionsvorschriften in vergleichbaren Ländern gemacht haben und wie Sie mit den Neuerungen dort umgegangen sind. Denn heimlich geht es doch darum, ob Sie ein Gefühl für das Thema insgesamt haben und deshalb mit der neuen Situation klarkommen würden. Und was tun Sie, wenn nach Ihrer etwas allgemeineren Antwort eine Rückfrage kommt, etwa zum Kommunikationsquadrat oder zu den Großbaustellen? Dann empfehle ich Ihnen Antworten, wie zum Beispiel, ich kenne das Nachrichtenquadrat von Friedemann Schulz von Thun, mit dem Wertequadrat werde ich mich gern noch näher auseinandersetzen. Oder bezogen auf die Baustellen. Erfahrung auf größeren Baustellen habe ich schon und ich freue mich darauf, bald richtige Großbaustellen kennenzulernen. Merken Sie, welches Muster ich hier bei der Rückfrage verwende? Der Fokus richtet sich wieder nicht auf den Mangel. Sie sagen eben nicht, leider sagt mir dieses Kommunikationsmodell überhaupt nichts, sondern Sie sagen, ich kenne ein anderes Modell und zwar vom selben Urheber und ich freue mich darauf, das Wertequadrat mir auch noch zu erschließen. Eine solche Antwort, die klingt um Längen besser als eine achselzuckende Verneinung. Der Vorteil dieser Antwort ist, dass sie konstruktiv ist. Das ist so, als wenn Sie im Restaurant einen Lachs bestellen wollen und die alleinige Auskunft, wir haben leider keinen Lachs mehr vorrätig, die hilft Ihnen doch überhaupt nicht weiter. Aber wenn der Kellner sagt, dass er Ihnen stattdessen eine schöne Forelle oder einen Dorsch anbieten kann, dann hilft er Ihnen damit weiter. Also, wenn Sie auf eine Frage im Vorstellungsgespräch keine Antwort wissen, dann sollten Sie dennoch eine konstruktive Antwort geben. Führen Sie einfach in dieser Situation das an, was Sie stattdessen wissen. Durch einen solchen Auftritt werden Sie die meisten Bewerber um Längen überflügeln. Und nutzen Sie jetzt gern mein Profi-Wissen, um Ihr Vorstellungsgespräch zu einem großen Erfolg zu machen. Mein Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie, der macht Sie durch sein großes Trainingslager, das Sie durchlaufen werden, der macht Sie dadurch topfit. Probieren Sie das aus, klicken Sie den Link an, der jetzt gleich hier erscheinen wird. Und Sie haben 30 Testtage. Und wenn Sie sich für mein E-Book Geheimakte Vorstellungsgespräch interessieren, darin sind ja die absolut besten Musterantworten für jedes Bewerbungsgespräch, dann finden Sie den Link unter diesem Video. Und jetzt noch ein Videotipp, und zwar schauen Sie unbedingt mein Video darüber, wie Sie sich einen Job schon im, wirklich im Vorstellungsgespräch sichern können. Jawohl, das geht am Ende des Vorstellungsgesprächs. Sie müssen dann nur die richtige Frage stellen. Und ich verrate Ihnen, welche Frage das ist. Wir blenden dieses Video gleich ein. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob und abonnieren Sie den Kanal mit Glocke. Dann kriegen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Bärle